Wieso auch immer. Ja, aber nice. Leute, schaut an. Die bauen alle mit. Richtig gut. Okay. Okay, was mache ich jetzt? Äh... Ich weiter das mal so ein bisschen aus. Oh nein, 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 nein. Hey Freunde, Fix hier und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Battle Royale. Ja, wir spielen heute mal wieder den neuen Modus 50 gegen 50. Und Leute, es tut mir leid, es ist schon ein paar Tage her, als ich das letzte Fortnite-Video hochgeladen habe. Aber sorry Leute, ich hatte einfach keine Zeit und hatte keine Videos mehr auf der Platte. Ähm, jo. Hier sind auf jeden Fall ein paar Gegner im Haus. Einer ist hier oben. Wo ist er? Ist er da reingerannt? Hi Bro. Okay, ne, der ist abgehauen wieder. So, wir haben einen auf jeden Fall gekillt gerade. Hi Bro, na, alles gut bei dir? So, schäm dich, Junge. Schäm dich. Dankeschön. Ah, da ist er. Na? Oh mein Gott. Fix ist GG. So. Danke für deine Sachen. Auf jeden Fall an der Stelle mal gesagt. Leute, wir spielen heute 50 gegen 50. Ich habe eine Special Mission, weil ich möchte eigentlich eine riesengroße Base bauen mit allen zusammen. Ihr habt wahrscheinlich den Trailer gesehen von Fortnite 50 gegen 50. Und ich habe Bock, so ein Ding zu bauen. So eine riesen Burg zu bauen. Und die irgendwie relativ cool zu machen. Und ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere Teammate hier, oder beziehungsweise Verbündete, sage ich mal. Ich bin ja Solo hier drinnen. Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere Verbündete da mit am Start ist. Und mitbaut, Leute. Aber wir müssen erstmal davor, weil da geht mega Action. Sorry Bro. Aber das üben wir einfach nochmal ein bisschen. Okay, dankeschön. Oh Mann, meine schöne Munition, Alter. Ich brauche glaube ich noch ein bisschen. Da vorne geht es voll ab, meine ganzen Teammates sterben. Scheiße, 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 scheiße. Ich muss unbedingt davor schauen. Ich weiß nicht, ob ich eine Chance habe da vorne, aber ich schaue einfach mal. Nice one, GG. Oh fuck, von wo? Von wo, von wo, von wo? Hi. Na, alles klar. 34 Schaden im Kopf, Alter. Was ist denn los hier? Kein Plan, ob... Okay, da hebt jemand auf. Kein Plan, ob hier noch ein Gegner ist. Oh, da schießt jemand. Shit, 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 shit. Achso, der hat den nur gefinisht. Okay, sehr schön. So Leute, Alter, wie sozial ich bin. Ich hebe sogar die Leute auf. Was ist denn los bei mir? Ich kann mir vorstellen, dass hier vielleicht noch der ein oder andere Gegner ist. Ich brauche auf jeden Fall gute Ressourcen, um eine Burg zu bauen. So, ich schaue mal kurz in die Richtung. Und bis jetzt, Alter, wir führen ja mega krass. 32 zu 28. Was ist da denn los, Alter? Wie die einfach auseinandergenommen werden. Leute, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der 50 gegen 50 Modus so ein bisschen der Anfänger-Modus ist, sage ich mal. Weil es ist alles irgendwie viel, viel, viel langsamer. Und die Leute sind auch nicht so gut, die hier spielen. Mein Kill. Nice. Fünf Schaden, Alter. Nice one. GG. Danke für deine Sachen. Perfekt. Es freut mich sehr. Ähm, fünf Kills schon. Läuft bei mir. So, ich brauche auf jeden Fall nicht mehr Ressourcen. So, einfach mal ein bisschen alles farmen hier. Und dann schaue ich, dass sich so viele wie möglich bei mir versammeln. Oder, dass ich mit so vielen wie möglich einfach mitgehe. Und dann bauen wir eine fette Burg, Alter. Ich habe mega Bock drauf, Leute. Ich habe wirklich mega Bock drauf. Ich habe es letztens schon mal gemacht. Da waren wir hier oben. Und da habe ich einfach angefangen, ein bisschen zu bauen. Und auf einmal hat jeder da mitgebaut und so. Und dann hatten wir die krasseste Tower der Welt, Alter. Das war richtig krass. So, wir nehmen noch ein bisschen was mit. So 1000 Holz wäre eigentlich schon gut, ne? So. Aber Leute, ja, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr so von diesem 50 zu 50 Modus findet. Oder 50 gegen 50 Modus findet, wie ihr den findet. Weil ich muss sagen, es ist ein bisschen easy so. Wenn man relativ viele sind in einer Stadt oder so. Und dann einfach, ähm, ja, keine Ahnung. Es ist irgendwie relativ easy. Wenn viele zusammen sind, dann hat man leicht die Überhand. Dann klatscht man die weg. Und dann rennt man einfach als 50-Mann-Gruppe rum. Und gewinnt easy gegen die Leute. Aber wir könnten theoretisch auch versuchen, irgendwas komplett abzubauen, Leute. Soll ich, soll ich anfangen, das abzubauen hier? Komm, Leute. Wir machen die komplette Fabrik weg, Alter. Komm, wir hauen die komplette Fabrik weg. Ich hoffe, die wird noch eine Zeit lang im Border bleiben. Ja, mal gucken. Vielleicht hilft mir ja irgendjemand. Wenn ich einfach lang genug hier rumrenne und alles kaputt schlage. Kann sein, dass mir jemand hilft. Boah, Alter, aber Stein dauert ja ewig, bis es kaputt ist. Scheiße. Egal, komm, vielleicht hilft mir irgendjemand. Wir laufen einmal außen rum. So, kaputt. Dankeschön. Ah, wir bekommen auch ein bisschen Stein dadurch. Jetzt von daher alles easy. Komm, helft mir. Bitte, Leute. Helft mir. Bitte, komm. Mach das kaputt. Schau hier, Mate. Komm runter. Mach das kaputt hier. Ja, okay. Schaut schlecht aus. Keiner hilft mir. Da macht das keinen Sinn, Leute. Da macht das keinen Sinn. Dann gehen wir mal uns versammeln hier. Und. Ja, wir haben easy gewonnen, glaube ich. Wir haben wirklich easy gewonnen. Schaut mal an. 24 zu 39. Die haben no chance, Mann. Ohne Spaß. Oh, da hinten rennt jemand. Oh, der hat so gelitten, Alter. Aber keiner trifft. Scheiße. Aber der hat richtig gelitten. Wollen wir auf Dusty oben drauf bauen? Komm, ich geh mal auf Dusty oben drauf. Vielleicht kommt dann jemand her und er baut mit mir zusammen. Das wär geil, weil ich denke, Dusty ist bestimmt noch im nächsten Ding mit drin. Im nächsten Circle. So. Komm, wir gehen hier hoch. Ich hab zwar nur 500 Holz, aber ist egal. Das wird schon reichen. So. So, komm. Schaut mich an, Leute. Schaut mich an. Kommt zu mir auf die Base. Das wird nice. Kommt alle hier hoch. Wir bauen hier eine super tolle Base. Oh, kein Plan, ob hier jemand kommt. Ich baue einfach mal auf Verdacht. Oh, da kommen welche hoch. Oder? Gehen die unten rein? Ich weiß nicht genau. Ja, aber da kommen welche hoch. Oh mein Gott. Perfekt. Kommt alle, Alter. Kommt alle hier hoch. Komm, wir bauen eine super Base, Mann. Wir bauen eine mega Base. Seid ihr ready, Leute? Seid ihr ready für diese Base? Das wird geil, Leute. Das wird geil. Ich glaube an euch. So, ich mach noch ein bisschen so, dass es ein bisschen auffälliger ist. Bauern wir mal ein bisschen höher. Dass die Leute sich denken so, oh ja, okay. Das schaut doch schön aus. So, wir machen hier noch. Machen wir mal hier so ein Ding drauf. So ein Torbogen. Wieso auch immer. Ja, aber nice. Leute, schaut an. Die bauen alle mit. Richtig gut. Okay. Okay, was mach ich jetzt? Äh. Ich weite das mal so ein bisschen aus. Oh nein, 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 nein. Nein, hört auf. Hä, wieso hab ich jetzt diesen scheiß Torbogen? Ja, okay. Schaut irgendwie nice aus, aber macht überhaupt keinen Sinn. Macht überhaupt gar keinen Sinn. Aber egal, Leute. Ich wollte ihn nicht dauerhaft haben. Ich wollte nur das eine Ding ändern. Okay. Werden wir abgeschossen? Ich würde so gern mal mit zwei Tactical Shotguns in so eine Gruppe reinrennen. wieso sich so eine Base gebaut hat. Aber wie viele Leute hier oben sind. Nice. Hier da vorne sind zwei. Einmal gettet, zweimal gettet. Da rennt auch jemand. Alter, die haben so keine Chance, die Leute. Fuck, haben die gelitten, ey. Mit den scheiß Torbogen. Okay, warte. Äh, ich baue noch einen Torbogen. Komm, ich mach das ein bisschen schön hier, okay? Dann machen wir es so. So, wunderschön, Leute. Wunderwunderschön. Oh mein Gott. Ich feiere es, dass die Leute alle mitbauen. So, wunderschön ist das. So muss es sein, Leute. Hier noch aus Eisen ein. Dann ein bisschen aus Holz. Dann machen wir hier noch ein bisschen. Okay, warte. Ich muss das kurz ändern. Äh. Ah, ich finde, weiß nicht. 50 gegen 50 ist irgendwie ein bisschen zu easy, finde ich. Kein Plan wieso, aber es ist mir ein bisschen zu easy. Alter, schaut euch diese Base an, Mann. Schau, wie die alle da stehen und fighten. Mega gut. Wie im Trailer, Leute. Wie im Trailer. Bam, bam. Wo sind die Gegner? Ich sehe sie nicht. Ah, da kriegt einer. Der einmal getippt. So, wie im Trailer, Leute. Schaut euch das an. Jetzt snipet irgendjemand von der Seite und zack, alle uns sind tot. Das wäre so geil. Stell dir mal vor, man könnte hier mit der Sniper einen Multikill machen. Oh, ich habe leider keine Ressourcen. Schaut euch das an, Alter. Was ist hier los? Okay, 11 zu 30. Easy win, Mann. Ohne Spaß. Ich habe leider nicht mehr Ressourcen, ey. Ich würde gerne noch ein bisschen mehr bauen. Ich würde wirklich gerne noch mehr bauen. Aber keine Chance. Okay, irgendjemand schmeißt hier Nades. Hallo? Kannst du bitte damit aufhören? Dankeschön. Du machst nur unser tolles Haus kaputt. Wo kriege ich jetzt die Ressourcen, ey? Soll ich mal kurz hier runterschauen? Da gibt es doch immer diese, ähm, diese Paletten. Aber da ist gerade keine. Scheiße, Leute. Scheiße, scheiße, scheiße. Oh, die bauen so schöne Kreationen hier. Das gibt es nicht. So. Hallo? Gehen wir da? Ich finde es so geil, wie einfach komplett über ein Dusty Depot alles so aufgebaut ist. Wenn ich jetzt noch Zeit hätte, würde ich versuchen, das komplette Dusty Depot abzubauen, dass alles in sich zusammenbricht. Das wäre nochmal, das wäre richtig, richtig fett. Leute, das wäre richtig nice. So. Hallo? Jemand da? Kann mich jemand sehen? Mag jemand schießen? Es kann halt sein, dass die Gegner da hochgehen. Oh, fuck. Wir sind gleich nicht mehr im Border. Nein! Bitte bleib hier! Border, bitte. Bitte bleib beim Dusty. Das ist schon ein lustiger Modus, muss man schon sagen. Man kann, glaube ich, viel Scheiße hier bauen, Leute. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ich in 50 gegen 50 mal ausprobieren soll. Schreibt mir da einfach mal rein, so, jo, fix, mach doch mal, äh, keine Ahnung. Versuch mal als Letzter zu überleben oder so. Oder keine Ahnung. Schreibt mir irgendwas in die Kommentare, was ich mal probieren soll bei 50 gegen 50. Ich würde sagen, ich farm noch ein bisschen Holz oder... Ne, komm, ich versuche noch ein paar Leute zu töten. Ich habe 5 Kills, was nicht schlecht ist bei 50 gegen 50. Äh, von 50 Spielern habe ich 10% getötet. Okay, da vorne geht es ab, auf jeden Fall. Dann schauen wir mal da hin. Hi, Bros. Ah, da rennt jemand. Ah, scheiße, scheiße, scheiße. Oh, das sind mehrere. Na, alles gut bei dir? Oh, ich hätte gerne Nate oder sowas. Aber egal, ich pushe den einfach. Oh, hier habe ich Nates. Okay. Okay, okay, let's go. Putsch. Da ist jemand. Ah, der ist schon tot. Okay, gib mir deine Sachen. Gib mir deine Ressourcen. Ja, scheiße auf die goldene Ska. Ich will nur seine Ressourcen haben. Ich will bauen. Oh. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Border. No way. Okay, ciao. Nein, ich werde sterben. Oder? Ich weiß es nicht. Oh, scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Ich glaube, ich werde nicht sterben, aber es könnte sehr bitter werden für uns. Ich glaube, bei 30 haue ich mir ein Medikit rein. Nein. Komm. Komm schon. Pizzi, 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 stirb nicht. Okay, ich schaff's. Medikit geht locker durch. Aber das wird eng. Das wird richtig eng. Weil das tickt richtig böse. Oh, so ein Launchpad wäre gut. Alter, jetzt verrecken so viele Leute. Ich sag's euch. Aber es leben nur noch zwei Gegner jetzt. Von daher alles chillig. Wir werden auf jeden Fall gewinnen. Komm schon, lauf. Schaff ich das? Oh mein Gott, wie hart es tickt. Für fünf. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Ich werde sterben. Ich bin tot. Ja, wahrscheinlich. Oh mein Gott, wir haben gewonnen. Leute, ich würde sagen, wenn euch diese kleine Folge Fortnite Battle Royale 50 gegen 50 gefallen hat, dann lassen wir einen Daumen nach oben da. Wir haben fünf Kills gemacht. Ist nicht schlecht. Und, ähm, ja, was wollte ich sagen? Schreibt mir in die Kommentare irgendwelche Sachen, die ich mal bei 50 gegen 50 ausprobieren soll oder allgemein in Fortnite ausprobieren soll. Kann ich dann natürlich gerne machen. Ich sag Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Bis dann. Und tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020